Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl ansehen, bitten wir einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie doch mal in die Kommentare um Informationen zu diesem mit Herzblut produzierten Video mit dem etwas eigenartigen Audio von Sleeperio. Wir danken für Ihr Abo und Glocke und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. 3, 2, 1, ab die Brust. Schön, dass du da bist, Jisi. So, jetzt wird es ja ausgehen. Für mich wird es jetzt wo angekartt. Blutgruppe, C positiv. Schräg. Okay. Nein, schon wieder. Shh. Oh, nee. Nee. Ich fisch mich aus der Luft. Der war ein fein, der Schuss. Du solltest nicht öfters Ballistikmesser spielen, Jisi. Ich sag's dir. Scheiße. Schrapp. Oh, ich fuchtel wieder so gut. Warum fuchtelst du so, Matam? Ah. Okay. Ja, irgendwie bin ich in die Hocke gegangen. Fog mich etwa rum. Ja. Ja, einfach nur nicht aufgeklämmend. Fog nur bis vor. Ja, ich bin ganz einfach von vorgelegend gewesen. Schrapp. Das ist ein Schrapp. Ich sanke! Ja. oh ja 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 und was ist mit dem jetzt macht ja Nein! Wieso bin ich wirklich die Oxt aus? Ich bin auch so klar. Ja, ist halt auch nicht anders gekostet, als ich gewohnt hätte. Ja, verlaut auch, okay. Olli, olli. Immer das Hure Ego. Da sind wieder so ein dämlicher Dinge. Dämlicher Tork. Ah, ich hab dich immer gedacht, du laufst noch durch. Aber schaut er schon. Schön, schön gesehen. Komm wieder, bin genau wieder dort wo ich gewesen bin. Ah, schade. Autsch. Das sperre ich schon. Ich sperre das schon. Das kann eigentlich laufen. Ich bin stolz, wieso das interessiert mich? Ja. Ach, ich geh bald. Schön. Wieso kommen wir? Es kniesst jetzt wieder hin. Ich hau zu sein. Das ist ja so ein scheiß Kreuzschluss. Es kniesst du? Mit dem Herd? Genau, ich stehe mal. Ich stehe mal dran. Uich. Na, wir haben nur noch einen Schuss damit gekümmert. 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 Ich hab ihn schon abwitzelt. Ich hab ihn schon abwitzelt. Ja. Au, oben da. Krieg's nicht gepackt. Ja, Linie! Na! Ah! Ich hab ihn mit der Sente. Ah, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Du weißt es. Ah, nein, Wichser! Er läuft vorbei am Kippo. Du Arschloch! Nicht einmal bremst für mich. Du Ratte! Nicht einmal bremst für mich. Zurückgeschaut hast du noch so. Ich hab ihn gesehen, wie du gelacht hast. Zurückgeschaut hast und gelacht hast. Ich hab ihn mit dem Schild. Ich hab ihn mit dem Schild. Ich hab ihn mit dem Schild. Ah, ja. Ach Gott, ich hab ihn mit dem Schild. Ach Gott, ich hab ihn mit dem Schild. Ich hab ihn mit dem Schild. Ja. Oh, ey, da. Ah! Ich hab ihn mit dem Schild. Ah! Ich hab ihn mit dem Schild. Ich hab ihn mit dem Schild. Aber komm! Nein! Ach, das ist auch schwierig. Das wäre ein Schild. Du hast sich gewonnen, 20. Ja, aber du fängst du mir. Ja, ich fängst du mir. Ja, aber jetzt weil ich so lange brauche, bis ich dich ins Visier geh. Ja. Da vorbei gründig ist er. bleib mitten unterm Laufen stehen. Das ist so, wir sagen. Ich würde das abfinden, gell? Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist ein Mann. Oh, mit Hermal und Elbow. Ich bin fertig. Ja, ich bin auch fertig mit der Welt. Was, du bist fertig. Das war meine Runde, wieder einmal. Ja, voll geil. Ja, voll geil. Ich hätte einen Scheiß drauf, dass sie mich so schlecht kommt. Voll geil. Die erste Runde ist jetzt langer, ne? Cool. Und das mit dem Ballistik-Messer, das müssen wir festgehalten haben, du. Ja. Arschratte. Oh, eine Arschratte ist einmal noch was. Ich lache, ja. Au. Nein, nicht lachen. Hahaha. Es tut weh. Hahaha. Scheiße. Ja, wurscht. Leide, leide, leide. Ja, denke ich mir. Ich bleibe ein Hund. Hahaha. Hahaha. Das hat jetzt... Das habe ich erfahren, ja. Super gegangen, jetzt. Ja, da verlier ich natürlich gern. Das ist natürlich cool. Ja. Es ist einfach schade, dass es keine tolle Runde war zum Hochladen. Das wäre jetzt super cool. Wenn ein paar coole Szenen dabei gewesen wäre. Da ist ja überhaupt schon Highlights dabei gehabt. Und wir waren halt jetzt ein paar Highlights dabei. Ja, war einmal umgefahren mit dem Auto. Und dann bin auch bei der Stirn gewartet. Bei der Leider warten, der war gerade der Ausfahrt. Hahaha. Der hätt ja normal das Auto schon hören müssen. Aber keine Ahnung warum das auch. Du hast da parkiert, oder was? Ja. Du hast da parkiert und gewartet, oder was? Ja, das halt auch. Da haben wir also noch gemessen. Hingestellt und auf dem Quartier rausgekommen. Der ganz. Hahaha. Geil. Hahaha. Mein Cheesy. Höh. Ich geb viele Cheesys doch. Das ist mein Cheesy. Drei für alle. Neun, ihr Schreiber. Na ja. Nimm aus. Ich hab mir ein zweites Glas gelockt. Die Oxt von oben. Ja, auf, oder? Mit deinem. Die Waffen machen mich so nahisch. Die ist so laut, ey. Pah. Scholen, oder? So. Tsss. Tsss. Ah. Schrot, oder? Läuft mir nieder. Ich hab mal ins Kuh. Boah. Hast du mir noch schön zugeschaut, wie ein Kuh fertig gemacht hat, oder? Das war gut. Ich hab mir lebt von dir, dass du mir zugeschaut hast. Wie ich mich auch bemühe. Oh, der Dädtli. Also schön langsam würde ich zusammenpacken und heimfahren. Wenn ich eher wär... Ja. Hätt ich das gemacht. Na, super. Einzüge. Achtung, Schieße. Hoppala, du warst jetzt so schnell. Ja, ich will dich retten vom Dädtli. Hä? Er ist da am Boden. Er steht immer, der steht gerne am Boden. Er ist so. Er ist so, den Boss. Wo nutzt der? Und der Iron hat jetzt auch das Ding ausgebobbt. Die Pfeile ausgebobbt. Die Waffen ausgebobbt. Ja, da hinten. Der Schrot. Der Schrot. Der ist schon dabei. Das ist aber lieb. Sie sind bemüht. Ja. 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 Ja, jetzt habe ich sie verhaut. Verdammt. So schön gemacht, so geiles Timing gehabt und du hast es verhaut, ja. Völlig verhaut. Schauen wir uns nicht, wie es schaut denn? Ach, da war ein anderer jetzt da. Ich meine, ich rechne und ich schaue nach. Nein, 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 nein. Ich habe dein Messer schon gespürt, ich habe es gehört, wie es gesiebt ist. Ich habe es gerade gehört, wie es gesiebt ist. Ich habe mir gedacht, nein, nein, nein. Ah, unfühlt. Ich habe keine Schülter. Und, und, und! JAA! Danke! Das Teil ist immer da, ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört. Ah, hinter mir wieder einer. Jetzt soll ich schnüpfen wieder alles verhängt. in zeit schade kann nichts weitergehen ja jetzt war ich weißt du was der jetzt den gerät hat? was? der holzposten hat er mal den gerät? ja das Messer ist der holzposten ja bei was ist jetzt da los? ich bin hinter deiner wie siehst du aus? ja mein die schüsse zu auf ihn haben jetzt ganz komisch gewirkt irgendwie sind die alle so neben vorbei glitscht so du hast das schild was du gar nicht barrikadiert dann kommst du oder du verbarrikadierst das schild rein die Idee? ja ha erst auf feindliche Drohne greift oh schön ja ja ich bin auch im Trottl ich hätte zumindest können reitspringen ja war auch eine neue Idee mhm ja auf ein Slide hast du eh gewartet auf einen Sprung wirst du nicht gewartet ja Servus dich ich habe jetzt gerne laufen müssen ah Drohne aber wohl noch hu AHHHHHHHHHH verdammt vers мои was ist das eh gegangen? wir müssen mit so ich habe es so zu dem Ding zu gefuscht und jetzt zum zum Türstock he aber so mit dem Türstock Oh, da ist so, da kommt schon die Däuerin. Hallo? Schon wieder der. Seiner, seiner Luca. Ah, da. Na schade. Na guck. Jawoll. Nachschub. Nachschub. Ah, jetzt war ich schon da. Warte weg. Wo ist er denn? Was? Er hat voll Angst mit dem. Ah, jetzt hat der Hund geschritten. Jeezy, ich hab mitgegessen. Ah, ich hab da wischen. Du hängst dich doch in die Luft weiter. Ja. Was machst du denn? Was schiesst du drauf? Ich hab da wischen noch einen auch müssen. Ich hab nur den anderen gejagert, der was gab. Er hat gesehen und dann hab ich mein Hund zugeschlafen. Mh, er verlaut ein blöd Loch. Und dann mein Hund auf der Banglekopf. Und schon wieder der. Ich krieg den nicht. Ah. Er hat wie einer so's. Jetzt rein, aber. Ich muss den noch mal ehrlich schießen. Ah, da taugt noch. Zudem leckt's wie Sauhe bei dem Typen, ey. Das nervt. Verschwimm. Ah, schon wieder. Doch genau der, der. Ah, ja. Ich ratte dir, verdammt ihn. Kauft er sonst nichts. Kauft er eigentlich das Internet, ey. Jawoll. Der Rest war voll wie die Situation. Du, der will seinen Penis nicht mehr. Nicht. Keine Nüsse im November. Was ist mit dir denn los? Hahahaha. 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 Keine Nüsse im November. Hahahaha. Ja, aber ich mein, wann sollen die Glocken klingen im Dezember? Natürlich ist Weihnachten. Hahahaha. 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 Logisch. Wie kommt der Weihnachtsmann mit großem Sack? Hahahaha. Der hat Überraschung mit mir. Oh Mann. Ehre für dich, Cheese-Man. Bedrohung beseitigt. Crash. Crash verledigt. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Bedrohung beseitigt. Und zuerst. Untertitelung. BR 2018 Feindlicher Nomad erledigt. Oh Mann. Ehre für dich, G-Sman. Und danke dir für die gute Zeit. Es war mir eine Ehre. Habetiere.